Ein Gesetz sorgt dafür, dass du ab jetzt Monat für Monat netto mehr Gehalt bekommen musst und das ohne deinen Chef zu fragen. Denn vor einigen Tagen wurde vom Bundestag das sogenannte Steuerentlastungsgesetz beschlossen. Das führt dazu, dass der Grundfreibetrag angehoben wird und um 363 Euro nun auf 10.347 Euro pro Person steigt. Und außerdem steigt auch noch der Werbungskostenpauschbetrag von 1000 auf 1200 Euro. Doch was heißt das jetzt? Diese Freibeträge müssen angerechnet werden von deinem Arbeitgeber, dem Dienstherr und auch dem Finanzamt bei der Berechnung der zu zahlenden Steuer. Da sie jetzt erhöht werden, zahlt man effektiv weniger Steuer. Die Folge ist, du bekommst Monat für Monat mehr Netto und das bei gleichem Bruttogehalt. Das Tolle ist außerdem, die Änderung tritt sogar rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft. Das heißt, für die letzten Monate musst du auch noch eine Nachzahlung erhalten. Dein Arbeitgeber muss jetzt deine Gehaltsabrechnung rückwirkend entsprechend ändern, damit du eine Nachzahlung bekommen kannst. Höchstwahrscheinlich wird das schon im Juli 2022 der Fall sein und du bekommst das Geld auf dein Konto und danach natürlich Monat für Monat mehr Netto. Also, teile das Video unbedingt an jeden Menschen in deinem Umfeld. Nicht, dass es nachher von deinem Chef heißt, oh, das wussten wir ja gar nicht. Und wenn du außerdem mehr solche News erhalten möchtest, dann mach das Pluswert.